Ich bin Ricky, der größte Kung-Fu-Kämpfer aller Zeiten. Mein Name wird auf der ganzen Welt berühmt sein. Alles in Ordnung? Mein Freund Simon. Er hat eine Vollmeise. Mir fehlt noch der Fichtenkreuz-Nabel, das weiß-sternige Blaukältchen und der Heuschreckensänger. Das ist mein cooler Bruder Micha. Hab ich ja reingesagt. Ich muss dir aber... Hab ich ja reingesagt. Und das ist eine blöde Gang. Bei denen ist halt Justin. Was bist du, Ricky? Los, Kung-Fu. Ihr alle gegen mich. Ah! Das ist Alex. Sie ist die Neue im Dorf. Ist was? Na. Na dann. Bist du in sie verliebt? Pass auf, was du sagst. Sie heißt Alex. Ab sofort bist du mein Spion. Spionierst du hier rum? Ich war Vögel beobachten. Du lässt dich hier nicht mehr blicken. Ja. Ich will nicht mehr spionieren. Kapiert? Das wollte ich dir nur sagen. Warum? Darum. Willst du weiter Personenschutz? Können wir nicht einfach normal sein? Wie normale Brüder denn? Wie man eine Mumie macht? Zuerst nimmt man eine Leiche. Dann nimmt man alles raus. Das Herz, die Lunge, dafür macht man Sägenähe hinein.